Ist jemand da? Können Sie mir sagen, wo es am Bahnhof geht? In welche Richtung? Entschuldigung, darf ich kurz unterbrechen? Der Bahnhof ist hier alles geradeaus. Wir müssen nur geradeaus laufen, ja. Schau! Ich wollte ihn mal holen. Ihr seid so blöde! Hallo! Könnt ihr noch nichts holen? Nein, also nein! Das ist fertig, ich saß noch!